Leute, da unten haben wir noch einen Kundschafter. Oh, cool. Vergessen erhält unsere Nation. Pinguine! Was? Drei Mal. Drei Mal Pinguine hier unten. Ne, drei, fünf, sieben, acht, zehn Mal Pinguine. Der Sieg ist unser. Jetzt müssen wir nur noch hier unten eine Stadt gründen. Aber es ist ja echt lustig, dass hier unten sogar noch einiges an Gebiet frei ist, sozusagen. Ich meine, das wäre mal ganz lustig, hier mal weiter zu erkunden, wie es dann aussieht, hier irgendwo, ob man vielleicht auch mal, weißt du, wir könnten ja theoretisch auch mal in Übersee eine Kolonie gründen, irgendwo. Das würde ja theoretisch auch gehen. Eine Kolonie ist unter der Duell-Mitgliederschlage sowieso nicht zu halten. Ja. Währung ist freigeschalten. Yay. So, was machen wir als nächstes? Maschinenbau, astronomische Navigation, Mathematik, Reiterei, Bauwesen, Schiffsbau. Nico? Meinsch. Bitte? Was meinsch? Astronomische Navigation, Schiffsbau, Mathematik, Reiterei, Maschinenbau. Wenn du da nur durchscrollst, kann ich mir das nicht ansehen. Ja, ja, sorry. Jetzt. Was ist denn das grüne Symbol beim Maschinenbau? Äh, Aquädukt, mehr Wohnraum in unseren Städten. Ah, Aquädukte bringen uns doch Vorteile, wenn ich mich recht entsinne. Ja, wie gesagt, mehr Wohnraum. Was bringt die Mathematik? Die Mathematik bringt das Wunder Petra und eine Fortbewegung für alle Marineeinheiten. muss aber auf Wüste oder Schwemmland gebaut werden. Ich glaube, wir haben beides nicht. Ähm, Schiffsbau würde uns den Koloss geben, als Wunder vielleicht, dann bessere Schiffe und ermöglicht Landeinheiten, das Wassern. Astronomische Navigation gibt uns das Gebäude Leuchtturm oder großer Leuchtturm, also als Wunder. Dann können wir den Hafen bauen, als Bezirk und ermöglicht Händlern das Wassern und ermöglicht das Züchten von Fisch und Krabben, was auch immer das dann bedeuten soll. Und Reiterei halt eben, und Reiterei gibt halt Stallungen und Reiter, wobei wir das ja eh nicht bauen können aktuell. Genau. Maxi, was meinst du? Ich würde der Maschinenbau sagen. Ja. Äh, Alina, was ist denn? Ähm, übrigens schreibt man mich mit J und nicht mit CK. Danke. Ähm, so. Ähm, Maschinenbau sagst du, okay. Super, Pauko? Eindeutig Maschinenbau, nicht mehr. Städte der Ägypter mit unseren Städterpulten zerstören können. Also der Schiffsbau und das Wassern von Einheiten würde unsere Bewegungsfähigkeit deutlich erhöhen. Da könnte man beispielsweise auch eine Expedition ausstatten und eine zweite Front gegen den Ägypter im Süden aufmachen. Für Expedition fehlen uns die nötigen Streitkräfte. Also ich glaube, Maschinenbau ist alle zweiläutiger. Also dann machen wir mal Maschinenbau. Oh, sagt der Kriegsminister, der hier alle zahlen vor sich hat. Verlenke. Sagt der Kriegsminister, der dauernd die Truppen verheizt, indem er sie vormarschieren lässt. Der Kriegsminister will hier sein. Genügend Truppen? Genügend Truppen? Das muss ich mir als Kriegsminister hier nicht bieten lassen. Ich habe seit Jatau sind für mehr Truppen mich eingesetzt. Wo waren sie da? Oh, okay. Hier, wo ich jetzt bin. Ja, sie waren da und haben mit Hilfe von Desinformationen und Lügen sich versucht einzuschleimen bei unserem Konsul und dem Volk, damit die Taschen der Wirtschaft besser gefüllt sind, anstatt dafür zu sorgen, dass unser Militär besser ausgerüstet wird und vor allem zahlenmäßig verstärkt wird und ihre falschen Entscheidungen bahnen wir bis heute aus. Oh. Falsche Entscheidung von mir. Ja, klar. Jetzt schicke ich den mal hier rüber, diesen Missionar. Hier haben wir ja noch einen übrig. Ich finde es echt krass, wie hier die Religion von den anderen echt heftigen Druck auf uns ausüben, hä? Also, ist schon ziemlich krass. Also, ich weiß ja nicht, ob die Sache mit der Religion noch so eine gute Idee ist, weil ich sehe da kaum noch raus, dass wir grenzwerte Erfolge mit unserer Religion erzielen können. Das Problem ist, jetzt haben wir halt die schon gegründet, jetzt gibt es halt echt auch krasse Mali, wenn wir praktisch nicht weitermachen, gell? Also, ist halt die andere Seite der Medaille. Aber wie es aussieht übrigens, theoretisch könnten wir hier unten eine Stadt gründen, gell? Wir müssen sie nur übers Wasser bringen und dann könnten wir hier unten Städte gründen, tatsächlich. Aber das Problem ist, unsere Einheiten können halt aktuell... Während unsere Soldaten an der Front stammen, träumt der Konsul von Städten, die erst bevor irgendwelche Leute übers Wasser gehen müssen. als das Erfären jeglicher Realität. Ja. Meine andere Frage, ist Cleopra da vielleicht inzwischen mal bereit, Frieden zu spüren? Ich habe gerade eben geguckt, aber bin ich die alte Schachtel. Kann ich denn hier... vielleicht soll ich noch mal unser Militär sammeln, einen groß angelegten Angriff zu starten. Juhu. Wenn der planmäßig abläuft, wird das ja wünschenswert. Ja, aber die Frage ist, wie denn? Ich meine, mit welchen Truppen? Ist halt eben die Sache, oder? Im Übrigen handelt Russland mit Frankreich. Indirekt auch mit Ägypten. Also indirekt verhält sich nicht freundlich. Was wir jetzt auf jeden Fall mal machen, ist hier oben einen Handelsbezug bauen. Der gibt uns hier plus vier Gold und dann können wir auch endlich mal mehr Händler bauen. Also das machen wir auf jeden Fall mal. Plus vier Gold ist sehr ordentlich. Händler, die ihren Schutz für dich gewährleisten können. Ja doch, wenn sie in unserem Land handeln schon. Und die andere Frage ist, was machen wir hier drüben? Ja, was bauen wir hier? Truppen weiter? Die Frage, wisst ihr, ich gucke gerade mal. Jetzt hier mal vorstoßen, um mal zu gucken. Okay, hier hat er wieder diesen blöden Reitwagen, zwei Einheiten. Ja, nee, ich hatte die Frage, was machen wir hier drüben in unserer Stadt hier drüben? Also wir könnten ein Handelszentrum bauen, einen Campus bauen, eine heilige Städte bauen. Neue weitere Soldaten. Was meint ihr? Nico? Maxi? Superbako, was meint ihr? Bauen wir hier in der Stadt Truppen weiter oder lieber Handelszentrum, Campus, heilige Städte? Ich wäre für einen Handwerker, die Rüstungsindustrie dann stärkt. Gut, arg viel Zeug können wir hier hinten gar nicht bauen. Ein Feld könnten wir hier bauen, das war es auch schon. Ich wäre für einen Campus. Okay, Maxi? Einheiten würde ich lieber an der Front bringen. Handelszentrum. Ich gucke gerade mal, Handelszentrum gibt es hier zum Beispiel einen Plus-Zweier-Bonus. Campus würde es hier auch einen Plus-Zweier-Bonus dort hinten geben. Weißt du was? Wir wollen ja eigentlich auch noch weitere Einheiten rekrutieren, deswegen bin ich fast dafür, jetzt hier ein Handelszentrum zu bauen und danach einen Campus zu bauen vielleicht. Ja. Der lohnt sich hier, das lohnt sich hier tatsächlich. So, und dann nehmen wir die Einheit hier an die Front und hier oben die Einheit auch mal hier runter hier hin und die hier will ich ja eigentlich dorthin hinschicken, genau. Unseren Gouverneur hat man aus Palenque entfernt, weil wir ja mit denen im Krieg sind. Ist ja nervig. muss man hoffen, dass wir irgendwann mal wieder mit denen im Frieden sind. Ah ne, wir sind mit denen gerade im Frieden. Wie es aussieht wieder. Dann senden wir doch den da wieder hin. Fünf Runden braucht es. Hoffen, dass wir in fünf Runden da sind und unsere Ruhe haben in fünf Runden. Bis in fünf Runden meine ich mal. Ja, habt ihr mal Vorschläge? Dankeschön, Heiko und Alina. Bis dahin. Viel Spaß. Habt ihr mal Vorschläge, was wir hier mal wirklich praktisch tun könnten, um hier irgendwie weiter voran in dem Krieg zu kommen, weil ich habe echt keinen Plan mehr, was wir hier tun sollen, damit wir echt mal irgendwie auf eine Art und Weise hier in diesem Krieg mal vernünftig vorankommen. ich habe echt keinen Plan. Truppen sammeln. Ja klar, aber ich meine, da müssen wir halt wirklich mal überall Truppen rekrutieren, oder nicht? Vor allem trainst du mal aufhören, unsere Truppen an der Front zu verheizen. Ja, kann ja auch nichts dafür, wenn die uns da angreifen. Das ist halt auch ein richtiges Scheißgelände. Du hast Mauer, die greifen uns aktuell ab ganzes Verein sind mal an, dann reicht das völlig in die Mauer. Ja, aktuell, ja, klar. Okay, aber guck mal, wenn wir in die Offensive gehen, was ist dann? Dann werden wir aufgrund einer guten Strategie, die wir bis dahin erarbeitet haben, gewinnen. Wenn wir nicht geballt vorwärts marschieren, haben wir auch eine Chance, nicht so tröpfelmäßig so mal eine Einheit und die nächste kann er nicht werden. Ja, aber, ja, okay, aber dann müssen wir noch weitere Einheiten einfach rekrutieren, oder wie? Ja, deswegen sammeln wir die auch erstmal, bis wir eine gewisse Streitmacht da haben. Ja, okay. Wow. Was ich ja erst seit zwei Stunden jetzt gesagt habe. Aber welche Einheiten sollen wir dann mal rekrutieren? Dann müsst ihr jetzt mal sagen, was wir jetzt hier rekrutieren sollen oder tun sollen, oder was weiß ich was. Dann wird es mal wichtig, dass wir da in die Richtung irgendwie rankommen. Was sollen wir dann hier jetzt tun? Ich bin mal für einen schweren Streitwagen. Okay. Ja, können wir mal einen Auftrag geben. Ich will übrigens dann hier in unserer Hauptstadt Der Streitwagen macht, glaube ich, nicht so viel Sinn. Meinst du nicht? Wegen? Das ist überwiegend unwegsames Gelände, Wald. Da braucht man sowas nicht. Zweifelt sie nicht an den Fähigkeiten des Kriegsministers, als wenn es um das Militär geht. Der Kriegsminister hat heute bisher jeden Grund gegeben, an seinen Fähigkeiten zu zweifeln. Übrigens, wir sind wieder im Krieg mit Palenkel, gell? Also. Gito. Interessant zu wissen wäre, ob die Speerkämpfer einen Bonus gegen die ägyptischen Streitwagen haben. Ob die als Kavalerie zählen? Keine Ahnung. Ich werde jetzt hier übrigens mal die Stadt gründen, übrigens, gell? Mich mal interessieren würde. Sollen wir mal Geld ausgeben? Ich meine, wir haben nicht so wahnsinnig viel, aber wir könnten jetzt mal ein bisschen Geld ausgeben, um hier diesen Fisch wegzuklauen, den Gegnern. Den Russen, meine ich. Könnten wir jetzt hier das Feld kaufen und dann das Feld hier. Das Feld ist besser bei den Truppen angelegt als in irgendwelchen Fisch. Ja. Er hat es übrigens immer noch für einen schweren Fehler, diese Kriegshalle da gebaut zu haben. Irgendwie bringt die uns gar nichts. So. Haben wir eigentlich irgendwo noch Handwerker? Oh ja, da oben. Brauche ich mal. Ja, wir werden in Zukunft woanders siedeln. Oh, ich wollte ja eigentlich mal die Freundschaft mal wieder erklären mit Russland. Fällt mir so auf. Können wir mal tun. Oh oh, sie wollen nicht mehr. So cool. Scheiße, ich habe das vorhin voll vergessen, das mal zu machen, Leute. Okay. Okay. So viel zum Thema sind unsere wahren Freunde. Ich glaube, die wollen das jetzt nur deswegen nicht mehr, weil wir da oben die Stadt gegründet haben. Überall fein an allen Fronten. Nicht gut. Nicht wirklich. So. Warum rückst du eigentlich den ganzen Truppen schon wieder vor? Die könnten einfach hinter der Stadt stehen und chillen. Weißt du, das sind Gegner da kommen. Ja. Ja, wisst ihr, mich nervt das einfach. Ich will hier einfach mal vorankommen, ja. Äh. Aber das, was wir hier tun, ist irgendwie echt nervig. Aber ja, nicht wirklich vorankommen. Also ich finde, die Minister geben einen wunderbaren Job. Boah, leckt mich doch einfach diese ... ... ... Guckt euch mal an, wie nervig das jetzt schon wieder war. Brutal. Hat uns da mal ganz kurz unsere Einheiten weggehauen oder fast weggehauen da unten zumindest. Ja. Finde ich krass. Ja, ziemlich krass. Das stimmt. So, wir könnten jetzt hier uns mal wieder zurückziehen. Das machen wir auf jeden Fall. Und dann werde ich jetzt mal hier versuchen, in dieses Lager reinzukommen mit einer Einheit Bogenschützen. Beziehungsweise wir werden einfach noch eine neue, weil die kommt ja jetzt automatisch ... ... ... hier in diese Stadt rein, diese Bogenschutzeneinheit. Deswegen werde ich jetzt hier einfach mal noch meinen Bogenschützen rekrutieren. Wir können jetzt hier übrigens auch, beziehungsweise, ne, wisst du was, ich werde jetzt hier mal Schwertkämpfer rekrutieren, weil die scheinen mir doch relativ stark zu sein. Diese Einheiten. Und werde jetzt mal versuchen, mit den Bogenschützen hier in die, ... ... ... ... ... ... Das klingt auch noch im Plan. Dann können wir vielleicht mal wenigstens ein bisschen was trennen hier von unseren Feinden. Oben baue ich mal noch mal einen Handwerker. Den Handwerker möchte ich jetzt trotzdem mal hier runter schicken, trotz dieser Probleme hier an der Front, aber können wir wenigstens mal die Wale und die Steine hier ... ... ... ... ... ... ... Wie auch immer. So. Leute, ich brauche mal, ich brauche mal eure, ich brauche mal euren Rat. Was würdet ihr jetzt gerade tun? Also auch gerne an die Zuschauer gewandt. Also was sollte man jetzt in unserer aktuellen Situation hier tun? Weil ich finde, das ist eine echt, echt schwierige Situation, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, wir hätten, fuck, ich hätte ja hier einmal angreifen können mit dem Lager, habe ich ganz vergessen. Scheiße. Egal. Er kann einfach aus seiner Hauptstadt auf uns und schießen, ehrlich. Aber irgendwie hat es gar nichts gebracht. Aua. Ne. Maxi, Nico, Superfaukel, irgendwelche Ideen. Nico, du hast ja vorhin gesagt, du wüsstest, was man tun könnte, oder ja, wie auch immer. Irgendwie ein Plan. Nico? Also Offensiven sind in dem Gebiet im Moment nicht sinnvoll. Ja. Ich höre mich selbst bei irgendeinem von euch. Ja, okay. Und das heißt, wie würdest du jetzt dafür sorgen, dass wir hier irgendwann mal in Frieden schließen? die Truppen zusammenhalten, eine Linie bilden und zusammenschießen, wenn sie kommen. Okay. Sie sind durch das überwiegend unwegsame Terrain nicht so bewegungsfähig, weshalb wir einen Vorteil haben und dann eine Expedition zusammenstellen und eine der schwach verteidigten Städte an der Südküste einnehmen, um eine zweite Front zu eröffnen, sodass die Ägypter Truppen abziehen. Also wir könnten einen Frieden schließen, gell? Vier Gold für 30 Runden und 156 sofort. Dieser Frieden ist akzeptabel. Ja. Es sind genug eigene Soldaten gefallen. Weitere Opfer können wir nicht verbringen. Ja. Was meint der Rest? Nico, Maxi? Maxi? Sehr hoher Preis. Ja, sehr hoher Preis für den Frieden. Ja. Ja, natürlich können wir auch noch ein bisschen weitermachen jetzt. Ich meine, das können wir sie ja nachher nochmal fragen. Ich meine, mittlerweile ist sie ja wenigstens gewillt, einen Frieden anzunehmen. Vielleicht sorgt das ja dafür, dass wir hier jetzt nach und nach irgendwann mit einem ich sag mal Weißen Frieden bei rauskommen. Das wäre natürlich möglich. Ich würde auch einen Weißen Frieden anstreben. Ja. Auf jeden Fall in solch hohen Tributs sind, die gibt er nicht wert. Dann geht allerdings jeder weiterer Verlust auf euer Konto. So. In dem Fall ist es das Geld mehr wert als die Soldaten. Das prädiere ich hier seit Jahrhunderten, dass ihr ob der Haufen nur auf Münzen achtet. Ja. Ja. Auf dein Einkommen finanzieren als Minister. Ich glaube, wir können eigentlich den Spion, den Sperr, uns mal auflösen. Der gibt wahrscheinlich auch Geld in der Runde, glaube ich. Den habe ich jetzt mal aufgelöst. Herr Kriegsminister, denken Sie doch mal, unseren Reichtum an die Ägypter zu geben, bedeutet nur, dass wir uns weniger Truppen leisten können und die Ägypter sich mehr Truppen leisten können. Stimmt, den eigentlichen Reichtum, den ich hier sehe, ist der Reichtum in den Umtaschen finanziert aus Ägypter. Also da hier der Kriegsminister mit solchen Anschuldigungen immer wieder aufwartet, liegt es auf einen Verdacht, dass er hier da gekauft ist. Oh. Ich möchte hier lediglich die verbringenden Truppen füssen. Genau. Fake News. Also vielleicht ist es jetzt gerade. Bald echt mal möglich hier. Fuck, der hat mittlerweile übrigens eine Mauer in Achitator. Hm. Vielleicht ist es jetzt gerade bald echt mal die Möglichkeit, hier mal mit unseren Truppen was anzustellen. Also mit einem Angriff hier mal voranzukommen tatsächlich. Weil jetzt sehe ich gerade hier noch eine Einheit Krieger und die Streitwagen hier drüben. Aber ich werde jetzt mal doch nochmal auf den Rambock oben wechseln. Der braucht noch zwei Runden. Und vielleicht ist es hier dann echt mal möglich, da tatsächlich mal offensiv voranzukommen. Möglich wäre es. Und hier unten können wir mal wieder den Hafen plündern nächste Runde. jetzt kommt hier wieder eine feindliche Einheit. Aber ihr seht auf jeden Fall, dieses Lager bringt hier schon was, gell? Also das definitiv. Meint ihr, meint ihr, jetzt werden Angriffe auf Arritatoren mal möglich? Also das haben wir glaube ich schon drei oder vier Mal gedacht und es hat jedes Mal mit dem Verlust von großen Truppenkontingenten geendet. Weil die Ägypter dann doch wieder fünf Einheiten da rumstehen hatten, die nur gewartet haben. Das stimmt und jeder weitere Verlust steht auf euer Konto. Der Kriegsminister ist schon längst bereit für Frieden. Der Kriegsminister war der Letzte, der bereit war für Frieden. Falsch. Der Letzte Frieden, die die Ägypterin akzeptiert hatte, wolltet ihr ablehnen, während ich ihn schließen wollte. Also ihr wisst Bescheid. Zu welchem Preis? Zum Preis von irgendwelcher Münzen, die weniger wert sind als Menschen leben. Man könnte übrigens an dieser Stelle einmal anmerken, da der Kriegsminister ja so gerne mit seiner Autorität und seiner Sorge um die Truppe und den Krieg prahlt, dass wäre der Kriegsminister fähig, wir diesen Krieg eigentlich gewinnen sollten. Der Konsul ist doch angeblich der militärische Führer dieser Nation, wenn ich mich recht entsinne, man das aussagt. Aber wenn ich mich recht entsinne, behauptet der Kriegsminister doch die ganze Zeit, dass er die einzige gute treibende Kraft hinter allen positiven wäre. Meine Strategie des Zusammenhaltens und dann Vorrückens, die eigentlich deiner war, beziehungsweise der elastischen Verteidigung, um mich daran zu erinnern, sind bis jetzt einzige Erfolgsgeschichten, Konsul ist unfähig, diese erfolgreich durchzuführen. Also so wie ich das sehe, ist das Bild, das der Kriegsminister von seiner sogenannten elastischen Verteidigung hat, genau das, was der Konsul regelmäßig durchsetzt, nach einer erfolgreichen Abwehr eines feindlichen Angriffs wiederum selbst vorzurücken, was jedes Mal in einer Niederlage geendet hat. Dementsprechend ist die Strategie des Kriegsministers diejenige, die zu diesen hohen Verlusten geführt hat. Ja. Ich bin halt echt am überlegen, guck jetzt gleich mal nochmal, ob jetzt vielleicht ein weißer Friede praktisch drinnen ist. Wir haben jetzt gerade wieder zwei Einheiten ausgeschalten, ja. Und vor allem ist jetzt auch der Rambock fertig theoretisch. Dem Rambock kommt der Sieg und diesen Rambock hat der Kriegsminister bereits vor ewig Zeiten gefordert. Tja. Also aktuell stehen hier echt nicht viele Einheiten, wie ihr sehen könnt. wäre es wäre es tatsächlich mal vielleicht eine Idee jetzt oder nie Ja, so ungefähr. Das da unten haben wir wieder geplündert, das ist super. Sich ausruhen, fahren da hoch. Immerhin geben das Plündern dieser komischen Häfen, da unten gibt immer wieder Geld, das ist eigentlich ganz nett. Ein unbekannter Spieler wurde besiegt, irgendeine Fraktion wurde ausgelöscht, gell? Krass. Hervorragend. Ich weiß nicht, ob das hervorragende ist, um ehrlich zu sagen. Eine Macht weniger, die unsere Weltherrschaft wie steht. Dann wäre es. Mit uns meint er übrigens sich. Das Militär setzt sich lediglich für die Nation und das Volk ein. Libero, ich weiß noch nicht, wie lange der Stream geht, noch eine Weile, denke ich. Wir können mal übrigens gucken, Frieden schließen, würde er jetzt das machen. Ja, er würde mittlerweile den weißen Frieden annehmen. Er ist eine Sie. Ja, was meint ihr? Frieden schließen oder wirklich mal noch versuchen, nochmal anzugreifen? Also, ich würde fast behaupten, gerne, guck mal, ob er noch Geld vielleicht eher noch zusätzlich bekommt. Nee, also ab 100 Gold zum Beispiel würde er schon nicht mehr machen. Also, auf Grundlage unserer letzten Frage, müssten wir eigentlich Frieden schließen? Ja, gut, aber es hat sich ja seitdem wieder einiges siegreiches Militär sollte man nicht aufhalten. Also, Geld will er uns gar nicht geben. Er kann uns auch kein Geld geben. Sie, meine ich ja. Leute, 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 vielleicht weiß Janike, was andere nicht wissen. Der Konsul weiß gar nichts. Ja, also, sollen wir mal nochmal einen Angriff durchführen? Oder nicht? Nein, lernt doch mal aus der Vergangenheit, großen dramatischen Aufzeichnungen. Ich würde mal sagen, das schreit eigentlich fast nach einer Umfrage, oder? Ja. angreifen oder nicht? Arretatoren angreifen oder sein lassen? Also, ich meine, wir haben jetzt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Einheiten zur Verfügung. So viele wie noch nie. Also, wäre das echt eine gute Frage. Versuche in der Zeit mal mit Peter mal noch einen Frieden zu schließen vielleicht. Freundschaft will er nicht. Abkommen aushandeln. Wenn wir dann irgendwas tauschen mittlerweile an Luxusgutern, nein, leider nicht. Glaube ich, dass wir eigentlich von keinem Luxusgut bisher irgendwie 2 haben. Oh, aber wir könnten da oben bald mal das Elektrum auch noch abbauen. hier werde ich jetzt für 130 mal dieses Geländefeld kaufen, weil ich nicht will, dass der uns schon wieder ein wichtiges gutes Geländefeld wegnimmt. Der Russe. .